SpaceX stellt endlich wieder Starship zur vollen Pracht auf und steht nun kurz vor vierten Pflug. Neue Starship-Startanlagen in Florida werden von der FAA untersucht. RFA testet das erste Mal die Erststufe feurig. Starliner verzögert sich wegen Helium-Lag. US Air Force besorgt über ULA Vulcan Startkadenz. Indien weitet Missionen zum Mond, Mars und Venus aus. ESA entdeckt Antriebsprobleme bei Merkur-Mission BepiColombo und unterzeichnet Abkommen mit der NASA für Marslandung. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich Willkommen zu Senkrecht-Startat dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Full Stack, also da steht endlich wieder die größte Rakete, das größte von Menschen gemachte Objekt, das fliegen kann, auf der Startrampe. Ja, Startrampe ist eigentlich falsches Wort. In der Starbase gibt es ja keine Rampe, sondern nur einen Starttisch. Die englischsprachige Community spricht auch von OLM, dem Orbital Launch Mount. SpaceX hat nun die komplette Hardware für den Flug 4 des Starships auf dem OLM, dem Starttisch und am Donnerstag, 16. Mai, auch schon einen kleinen Betankungstest absolviert. Bisher haben sowohl Booster 11 als auch Schiff 29 ihre Testkampagne getrennt voneinander abgeschlossen. Der letzte große Meilenstein jetzt nach dem Full Stack, also vor einem Start, ist jetzt die sogenannte Wet Dress Rehearsal, also die nasse Generalprobe, bei der die gesamte Rakete vollständig mit den Betriebsstoffen Methan und Sauerstoff betankt wird und alle Countdown-Schritte bis zum Start durchlaufen werden. Alle Countdown-Schritte? Nein, die Zündung der Triebwerke wird aktuell noch weggelassen. Wenn wir uns ansehen, wie SpaceX die Falcon 9 betreibt, würde ich durchaus erwarten, dass statt eines einzelnen statischen Feuertests, eines Boosters, so ein Test irgendwann mal in die Startverbreitung integriert wird. Fun Fact, bei der Falcon 9 hat SpaceX 2016 mal eine Rakete, die kommerzielle Nutzlast Amos 6 und das Startpad bei so einem statischen Feuertest oder kurz vor dem Test in die Luft gesprengt. Danach entschied man sich, solche Tests erstmal ohne Nutzlast zu machen. Ausgenommen zum Beispiel Starlink-Starts, wo es um Geschwindigkeit geht und Dragon-Starts, wo es um Crewsicherheit geht. Ja, lieber eine teure Dragon in die Luft sprengen als eine unbezahlbare Crew. Aber zurück zum Starship. Laut Ex-Space-Exer Hans Königsmann wird es noch ein paar Jahre dauern, bis das Starship Crew transportiert, aber seiner Meinung nach wird das definitiv passieren und zwar auch zu Mond und Mars. Erst einmal muss Starship aber verlässlich in den Orbit fliegen, erklärt das Ziel für den jetzt anstehenden vierten Starship-Testschlug laut Elon Musk. Ja, Starship bis zur maximalen Hitzebelastung während des Wiedereintritts bekommen. Ja, oder etwas vorsichtiger noch oder zumindest weiter als beim letzten Mal. Auch einen Zeithorizont gibt der SpaceX-Chef mit drei bis sechs Wochen an. Der Post, der stammt aber schon vom 11. Mai, also wären das rein rechnerisch zwei bis fünf Wochen, also voraussichtlich irgendwann dann im Juni. Vermutlich während ihr das Video schaut oder spätestens zu Anfang nächster Woche, wird erwartet, dass Ship 29 zurück in die High Bay geht, um dort dann seinen vollständigen Hitzeschutz zu erhalten. Aktuell arbeitet man munter weiter am ehemaligen Suborbital-Startplatz. Dort werden die notwendigen Gründungsarbeiten für eine zweite Startanlage ausgeführt. Auch mit dem Abriss der suborbitalen Tankfarm hat man begonnen. Hier greifen die Zahnrädchen alle ineinander, denn Tests, die bisher hier gemacht wurden, sollen nun in der neuen Testanlage Massees erfolgen. Diese neue Testanlage für Starship-Hotfire-Tests, die wurde in den letzten Wochen und Monaten hochgezogen. Hier erwarten wir demnächst dann erste Cryo-Tests und dann hoffentlich auch bald Feuertests. Hardware wäre auch schon da. Nacktmull Schiff 26 und auch Schiff 31 warten ja auf Tests. Schiff 31 hat hier gerade erst einen Cryo-Test absolviert, allerdings noch nicht auf dem neuen Teststand. Massees. Ich warte ja noch drauf, dass SpaceX hier ein Schild mit einem griffigeren Namen aufstellt. Ich will auch immer Macy's sagen, wie die amerikanische Kaufhauskette. Habt ihr coole Namen für das Testareal? Schreibt mir gerne in den Kommentaren. Elon Musk würde bestimmt Star-Testicle lustig finden, aber bringen wir ihn besser nicht auf falsche Gedanken. Die amerikanische Flugaufsichtsbehörde, FAA, die verbinde ich in diesem Jahr eher mit der Aufsicht über einen namhaften amerikanischen Luftfahrtkonzern mit Qualitätsproblemen. Ganz anders noch letztes Jahr, als man gerade bei den ersten beiden Starship-Flügen auf die Flugerlaubnis gewartet hat und die Community auf Social Media schon ihren Frust laufstark kundgetan hat. Im Nachhinein muss man ja sagen, SpaceX hatte noch ordentlich was zu tun und das Starship-Programm wurde meiner Meinung nach nicht unbedingt bedeutend durch das Warten auf die Genehmigung verlangsamt. Sowohl NASA als auch FAA hatten sich seit dem dritten Starship-Start optimistisch zu einer erneuten Starterlaubnis ja geäußert. Wenn man der Starship-Gerüchteküche glauben darf, dann wird eine Starterlaubnis wohl in den nächsten Wochen erteilt. Ja, die Federal Aviation Administration, kurz FAA, die bereitet aktuell übrigens auch ein Umweltgutachten, eine Umweltprüfung der SpaceX-Starship-Starts von einer Startrampe im Kennedy Space Center vor. Es gab so eine Untersuchung im Prinzip schon einmal, aber wenn wir ehrlich sind, hat sich das Starship in den letzten Jahren doch öfter mal dramatisch im Design geändert und so ist die ursprüngliche Bewertung mit Stempel 2019 mit Sicherheit nicht mehr so ganz aktuell und wahrscheinlich noch nicht mal ihr Papier wert. Bei der Umweltbewertung der damaligen Pläne zum Bau von Starship-Start-Einrichtung am Pad 39A, da wurde festgestellt, dass es keine signifikanten Auswirkungen auf die Umwelt hätte. Damals plante SpaceX bis zu 24 Starship-Starts pro Jahr von diesem Pad. SpaceX möchte jetzt zusätzliche Start-Einrichtungen errichten, was allein schon ein neues Umweltgutachten rechtfertigen würde. SpaceX plant aber jetzt auch eine deutlich höhere Startfrequenz mit bis zu 44 Starts pro Jahr. Allein vom Pad 39A wird gerechnet. Auch die Landung, das Fangen mittels Mechazilla Chopsticks, das Super Heavy Boosters, das soll am Pad 39A erfolgen. Der ursprüngliche Plan von SpaceX, der sah vor, den Booster auf einem Schiff oder in der Landing Zone 1 in der Cape Canaveral Space Force Station zu landen, also so wie die Falcon 9 Booster. Das bringt uns zu Cape Canaveral, denn auch hier gibt es Bemühungen, den ehemaligen Delta-4-Startplatz SLC 37 zu nutzen und oder das Falcon 9 Pad SLC 40 zu erweitern oder sogar einen ganz neuen Standort wie das stillgelegte SLC 50 zu erschließen. Ich finde es total spannend, wie geschichtsträchtig das Cape ist. Und so wie es aktuell aussieht, steht ja die Space Coast vor einer riesen Renaissance. Wir waren ja gerade erst drüben und ich kann jedem, der sich für Raumfahrt interessiert, einen Besuch am Cape nur wärmstens empfehlen. Der Sommer ist da und alle zieht es in die Sonne und in den Garten. Klar, dass du deinen neuen Grill vorführen willst. Und jetzt ein Lifehack vom Senkrechtstarter. Selbst On-Point-Grillgut wird deine Herzensdame nicht so sehr beeindrucken wie eine kuschelige Gießweinwolldecke, die du ungefragt anbietest, wenn die Sonne weg ist. Die Merino-Decke ist hervorragend verarbeitet, super flauschig und leicht wie eine Feder. Da kratzt nichts, da ist jede Naht ein Kunstwerk. Und das bringt uns zum heutigen Sponsor. Gießwein begleitet Senkrechtstarter jetzt schon eine ganze Weile als treuer Sponsor. Und ich freue mich, dass ich euch tolle Produkte empfehlen kann. Große Empfehlung zum Beispiel für den Merino Woolknit von Gießwein, den ich sogar schon in der Schwerelosigkeit getragen habe. Der Merino-Strickstoff, der sorgt für die perfekte Fußklimatisierung, reguliert die Temperatur und transportiert Feuchtigkeit nach außen. Keine störende Nähte innen und schmeichelndes Merino-Fußbett, das prädestiniert auch fürs Barfußtragen. Die Wolldecke Marie und der Woolknit, zwei weitere Gießweinprodukte, die ich wärmstens empfehlen kann. Mit meinem Link und dem Code 20 Senkrechtstarter bekommt ihr 20% auf das gesamte Gießweinsortiment. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Der erste Crewflug des Boeing Starliners wurde wegen eines Heliums weiter verschoben. Nachdem es Probleme mit einem Sauerstoffventil der Atlas V Centaur Oberstufe gab, wurde nun ein weiteres Problem mit dem Starliner entdeckt. Boeing gab bekannt, dass der Start des Crewflight-Tests CFD, der nach der letzten Verschiebung für den 17. Mai geplant war, nun frühestens am 21. Mai stattfinden wird. Wenn es beim 21. Mai bleibt, die Uhrzeit ist ganz gut, dann werde ich wieder Nicola Winter, die ESA-Reserve-Astronautin, im Livestream haben. Also unbedingt einschalten. Ja, das Heliumleck, das befindet sich im Service-Modul des Starliners. Der Starliner hat ja im Gegensatz zum SpaceX Dragon eher einen klassischen Aufbau, eine klassische Bauweise, ähnlich wie Apollo, Soyuz oder Orion, bei der Wiedereintrittskapsel, Crewmodul und Service-Modul getrennt sind. Das hat Vorteile beim Wiedereintritt, erhöht aber die Startkosten und verhindert die Systemuntersuchung nach dem Start. Also wenn es dann halt wieder zurückkommt. Das Heliumleck, das wird auf eine Flanschverbindung in einen der Reaktionskontrolltriebwerke zurückgeführt. Das Hydrazin-basierte Antriebssystem der Raumkapsel, das wird mit Helium unter Druck gesetzt. Helium ist ein sehr kleines Gas und das ist schwer abzudichten. Und ja, da es inert ist und mit nichts reagieren möchte, kann man da auch so ein kleines Leck am Boden zulassen. Das ist dann kein besonderes Sicherheitsproblem. Aber das Antriebssystem, das muss einen gewissen Druck halt halten, damit die Triebwerke im Weltraum funktionieren. Boeing arbeitet mit der NASA daran, das Leck zu charakterisieren, anstatt die Verbindungen zu ersetzen. Die NASA-Astronauten Budge Wilmer und Sanito Williams, die für den Testflug vorgesehen sind, die kehrten letzte Woche nach Houston zurück, um auf das nächste Startdatum zu warten. Boeing hofft, dass mit einer erfolgreichen Starliner-Testmission dann regelmäßig Crew-Rotationsmissionen zu ISS für die NASA durchgeführt werden können. Boeing hat ja bisher große Verluste mit dem Programm gemacht, dass die Verzögerung und Kostenüberschreitung nicht wie bisher üblich auf die NASA abwälzen konnte. Richtig bitter, die eigentlich für Boeing vorgesehenen Flüge, die gingen an den Konkurrenten SpaceX, der ja seit dem 30. Mai 2020 Crew zur ISS fliegt. Ach, oh Mann, wenn ich daran denke, ich war da so aufgeregt bei Demo 2 mit Doug & Bob. Ich dachte, wenn jetzt was schief geht, dann war es das mit SpaceX und Crewflügen für die NASA, geschweige denn Mond und Mars. Zum Glück kam es dann anders. Ja, mein Eindruck aus der Community, mittlerweile trauen die meisten Menschen, mit denen ich so mich austausche, SpaceX mehr zu als Boeing. Die Zeiten, die haben sich da ganz schön geändert. Auch für die United Launch Alliance, kurz ULA, haben sich die Zeiten geändert. Das Joint Venture aus Boeing und Lockheed Martin, das hatte ja ein Monopol auf Regierungsnutzlasten. Noch der letzte Startvertrag für Nutzlasten für die nationale Sicherheit, die gingen noch mit 60% an die ULA. Nur ein kleiner Teil, oder naja, 40% gingen dann an SpaceX. Mittlerweile bereut das Pentagon die Entscheidung. Atlas V bis zum letzten Flug ausgebucht, Delta IV im Ruhestand. Ja, und die neue Valkan, die ist noch lange nicht in der notwendigen Startkadenz. Da neue Raketen erst ihre Einsatzreife beweisen müssen, bevor sie für das Pentagon die großen, teuren Nutzlasten fliegen dürfen, sitzt man im amerikanischen Verteidigungsministerium so langsam auf heißen Kohlen. Jetzt erwägt man den zweiten Valkanflug ohne die eigentlich geplante Nutzlast Dream Chaser zu fliegen. Sollte Sierra Space bis Ende des Jahres nicht einsatzbereit sein. Stattdessen würde man einen Massensimulator verwenden. Ach, ich bin mir sicher, der CEO eines namhaften Elektroautoherstellers, der würde ohne zu zucken einen Massensimulator zur Verfügung stellen. Aber Spaß beiseite. Etwas ähnliches, also, ja, ein Militär, was auf Raketen wartet, das berichtet Andrew Parsonson von European Space Flight. Der Kommandant der französischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte, General Philippe Adam, ich hoffe, man spricht ihn so aus, hat Bedenken geäußert, der Mangel an europäischen Startkapazitäten könnte den Start wichtiger nationaler Sicherheitsmissionen für Frankreich verzögern. Indien plant bei der Chandrayaan-4-Mondproben-Rückführmissionen, den privaten Sektor mehr mit einzubeziehen. Die Mission, die wird am Landeplatz oder in der Nähe von Chandrayaan-3 landen und soll dann Mondproben zur Erde zurückbringen. Die Mission soll Technologien wie Mond-Orbital-Rendezvous und Docking testen, was dann auch relevant für zukünftige indische Mondmissionen mit Crew wird. Ja, dieses erklärte Ziel der indischen Raumfahrt, das ist zwar erst für 2040 geplant, zeigt aber sehr gut, wo Indien mal hin möchte. Chandrayaan-4 ist hingegen schon für 2028 geplant. Die indische Ice Road, die arbeitet auch mit der japanischen Yaksa an der Lunar Polar Exploration Mission mit einer robotischen Mission. Ja, und eine robotische Marslandemission tatsächlich. Was ich sehr cool finde, die indische Marsländer-Mission, kurz MLM, ob der Name bleibt, mal schauen, die soll mittels Skycray landen, also so wie Curiosity und Percy und aktuell ist der Start für 2031 geplant. Die Ice Road hat aber auch gerade das Design für die Konfiguration für ihren Venus-Orbiter mit dem Namen Chukrayaan fertiggestellt und hofft auf die Finanzierung durch die Regierung. Das nächste mögliche Startfenster für Chukrayaan würde sich im Jahr 2026 öffnen. Die Mission ist auch deshalb interessant, weil sie mittels Arrow-Breaking an der dichten Venus-Atmosphäre in den Venus-Orbit einschwenken will. Die ESA und die NASA haben unterdessen ihre Zusammenarbeit an der ExoMars-Rosalyn-Franklin-Mission durch eine neu unterzeichnete Absichtserklärung gefestigt. Die NASA wird wichtige Beiträge zur Mission leisten, darunter den Raketenstart, das Antriebssystem für die Landestufe auf dem Mars und eine nukleare Heizung oder besser ein radioisotopes Heizgerät für den Rosalyn-Franklin-Rover. Die Partnerschaft soll die Landung des Rovers im Jahr 2030 absichern. Ursprünglich sollte der Rover 2020 mit russischer Hilfe starten. Dann gab es technische Verzögerungen und schließlich den Einmarsch Russlands in die Ukraine, was das dann gekippt hat. ExoMars soll nach Anzeichen von Leben auf dem Mars suchen. Dank der neuen Partnerschaft ist die Mission laut ESA nun für den Start im Jahr 2028 vorbereitet. Intuitive Machines planten mehrere Verbesserungen am Nova-Sea-Mondlander vor der zweiten Mission Ende dieses Jahres. Nach einer internen Überprüfung der IM1-Mission, bei der der Lande ja umgekippt war, sollen Kommunikationstracking und Landesysteme optimiert werden. Diese Änderungen, einschließlich bessere Antennenkonfigurationen, die werden in der IM2-Mission dann integriert, die dann Ende 2024 starten soll. Weitere technische Anpassungen sind dann unter anderem robustere Tests und Verifizierungsprozesse. Die sollen dann die Präzision und Zuverlässigkeit verbessern. Intuitive Machines, die arbeiten auch schon an der dritten Landemission. Die soll dann mit ihrem 3-2025 landen. Die kommerziellen Länder, wie von Intuitive Machines, die sollen ja im Artemis-Programm der NASA eine wichtige Rolle spielen, unter anderem die Logistik. Der chinesische Gegenentwurf zum Artemis-Programm, die International Lunar Research Station, die hat jetzt mit Serbien diese Woche ein neues Mitglied erhalten. Serbien ist weder Mitglied noch assoziiertes Mitglied der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Deutlich heikler wurde es für die ESA kurz darauf, als der chinesische Staatschef Xi Jinping Ungarn besucht hat. Ungarn ist Vollmitglied der ESA und hat sich auch schon sehr um eine Kooperation mit Russland für einen ungarischen Astronauten bemüht. Auch Russland ist Unterzeichner der chinesischen ILRS-Initiative, also International Lunar Research Station. Ungarn hat bisher weder das Artemis- noch das ILRS-Abkommen unterzeichnet. Die japanische Raumfahrtagentur JAXA plant das Röntgenteleskop CHRISM trotz eines defekten Schutzsystems am Bildgebungsinstrument weiter zu betreiben. Die Beryllium-Schutzklappe ist zwar für die meisten Röntgenstrahlen durchlässig, aber eben nicht für alle, die potenziell durch die Sensorik erfasst werden könnten. Die bisherigen Bemühungen, die Klappe zu reparieren, die werden jetzt für die nächsten 18 Monate pausiert, um die wissenschaftliche Mission des Teleskops zu priorisieren. Das Röntgenteleskop war im September 2023 mit einer japanischen H2A in den niedrigen Erdorbit gestartet. Auf der Rakete war als sekundäre Nutzlast übrigens die japanische Mondlander Slim mitgeflogen. Die ESA hat Probleme mit dem solarelektrischen Antriebssystem der Merkur-Mission BepiColombo. Die BepiColombo-Mission, die gemeinsam mit der japanischen Raumfahrtagentur JAXA im Oktober 2018 gestartet wurde, besteht aus drei Komponenten. Dem Transfermodul, dem europäischen Orbiter MPO und dem japanischen Orbiter MIO. Das Transfermodul, das derzeit Probleme hat, soll die anderen beiden Module bis Oktober 2025 mit Energie beliefern und sorgt mit seinem Antriebssystem für das Einschwenken in den Merkur-Orbit. Obwohl die Ursache des Problems noch unklar ist, kann das aktuelle Schubniveau laut Eric Berger von der Ars Technica den nächsten kritischen Meilenstein erreichen helfen, den vierten Merkur-Vorbeiflug am 5. September. Ja, dieser Vorbeiflug oder diese Vorbeiflug-Sequenzen, die sind entscheidend, um die Raumsonde für den endgültigen Eintritt in den Merkur-Orbit im Jahr 2025 zu positionieren. Ganz spannend dabei, wie das gemacht wird, nämlich mit bremsenden Swing-Bias, wie das Beschleunigen und Abbremsen von Sonden mit Himmelskörpern funktioniert, das habe ich mal in einem Technik-Video erklärt, das verlinke ich euch unter dem Video. Ja, hoffentlich kann das Problem mit Hirnschmalz und Himmelsmechanik gelöst werden. Denn so viele Forschungsdaten gibt es nämlich von unserem sonnennächsten Planeten Merkur nicht. Die gesamte Mission soll über 2 Milliarden Euro gekostet haben. Der ESA-Orbiter von BepiColombo, der wurde übrigens in Friedrichshafen bei Airbus gebaut. Und das bringt uns zum BVSR-Piratensender. Diese Woche gab es nämlich die Jahreskonferenz des Bundesverbands der studentischen Raumfahrt in Friedrichshafen. Ich habe den Studis den senkrechten Starterkanal für einen Tag überlassen. Und auch alle Einnahmen des Livestreams, die gehen an die Studenten. Es gab super spannende Speaker und Themen, also am besten nochmal reinschauen. Link ist unter dem Video. Neben den üblichen Verdächtigen feiern die Studenten übrigens natürlich besonders die Raketen-Startups aus Deutschland ab. Die RFA hat jetzt einen kurzen Heißfeuertest einer teilbestückten RFA-1-Erststufe auf der Rampe bei Sexeford durchgeführt. Ich habe mir ein Video des Tests angesehen, das macht schon Bock auf mehr. Als ich das Video das erste Mal gesehen hatte, dachte ich, oh weh, da gab es am Ende kleinere energetische Ereignisse, vielleicht eine Turbopumpe. Die RFA konnte mich dann aber beruhigen. Die Blitze am Ende waren ein ganz normaler Vorgang, wo nach Shutdown der Engines die restliche Zündflüssigkeit T-Tab rausgeboostet wird. Das zündet dann nochmal kurz außerhalb der Engine. Laut RFA ist das eine ganz normale Sicherheits- und Sicherungsfunktion. T-Tab, das steht übrigens für Triethyl-Aluminium, Triethyl-Boran. Das ist eine Substanz, die Pyrophor, also selbst zündend, mit Kerosin-ähnlichen Stoffen reagiert. Sie wird zum Beispiel bei der Falcon 9 für die Zündung eingesetzt und sorgt für die typische grüne Färbung des Blitzes beim Engine-Start. Der Test jetzt wurde unter einem gewissen Zeitdruck durchgeführt, da in Sexeford nächste Woche wegen der Vogelbrut bis Ende Juni keine Tests mehr erlaubt sind. Ich kann es ja kaum erwarten, dass eine deutsche Rakete einen Orbit erreicht. Diese Woche ist es ein paar anderen Raketen außerhalb von Europa gelungen. Am Montag, 13. Mai von Cape Canaveral eine Falcon 9 an Bord Starlings. Am Dienstag, 14. Mai, auch Falcon 9 mit Starlings, aber von Wendenburg. Das war der 50. Start einer Falcon 9 in diesem Jahr. Die höchste Startkadenz einer Orbitalrakete seit Beginn der Raumfahrt. Beginn der Raumfahrt, das bringt uns nach Russland am Donnerstag, 16. Mai, eine Soyuz 2.1b mit einem militärischen Kosmos-Athleten von Plesetsk. Ja, und als Wochenabschluss nochmal SpaceX, nochmal Falcon 9, nochmal Starlink, diesmal von Cape Canaveral. Auch wenn ich es nochmal sage und mich drohe zu wiederholen, an dieser Stelle sei allen, allen Menschen gedankt, die diesen Nischenkanal möglich machen und so beitragen, dass das Thema Raumfahrt bald aus seiner Nische heraustreten kann. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. War wieder eine sehr aufregende Woche, daher die kommenden Starts nur im Schnelldurchgang. Am Sonntag Falcon 9 mit Pentagon-Nutzlast N-Roll 146 von Vandenberg. Auch am Sonntag Blue Origin, New Shepard Suborbital. Dann hoffentlich am 21. Atlas V mit Starliner und erster Crew. Hoffentlich nicht Suborbital, sonst wäre da krass was schiefgelaufen. Wenn er nicht wieder verschoben wird, freut euch drauf. Dann habe ich ESA-Reserva, sondern Nikola Winter dabei. Die Zeit ist auch gar nicht so schlecht. Am 22. Mai Rocket Lab, Elektron von Neuseeland. Ja, und Wochenabschluss voraussichtlich SpaceX mit Starlinks von Cape Canaveral. Hier noch einmal ein Shoutout für Gießwein, das Familienunternehmen aus Österreich. Ein treuer Partner von Senkrecht Starter. Mit meinem Link und dem Code 20SenkrechtStarter bekommt ihr 20% auf das gesamte Gießwein-Sortiment. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.